äh ich bin ich mache das ist schön ich bin auch wach nur willkaufbau diesmal nicht oder 8 alter ich war immer voll die kacke Intelligenz Willenskraft es werden locker benötigen das immer wieder zum bedarf wir sind doch schon mal mehr er doch schon mal will und verkauft schon mal nun brauchen wir auch scheiße so schön auch verloren so heute aber ich verkraft eigentlich ich die Marien und der Fall ist sie hink nur was ist in jetzt wurde kann ich weiß es nicht da ist schon ausgegangen ich kann nun immer auch mal aus oder außerhalb und uns mehr nach und noch im Land möchte ich nicht machen zu zu langweilig so auch wir haben eine Unie gemacht jetzt habe ich ja eigentlich alles gezeigt was sie eigentlich zeigen wollte als ich doch nur bis 11 von 20 Wochen bis in 20 machen wollte eigentlich 2 Level dann ist vorbei gewesen aber es ist endlos jetzt machen wir bis 90 durch und zwar heute Nacht es ist wahrscheinlich nicht möglich nicht möglich es ist auch nicht möglich ich denke wenn man so mal gut 9 Stunden 10 Stunden Paul der Willing macht von Level 1 auf keine Ahnung schafft man noch auf 40 Schwerdachdorfer 45 nur wirklich Paul der Willing macht und wirklich jeden verfickte Quest kennen und nichts anderes macht schon als Equipment dabei hat eben ein Kumpel an der Seite die ganze Zeit ist erquipt holt dafür nur stur drauf Quests machst für 40 Werder schon möglich 15 auf 50 aber ich glaube nicht das kann auch sein für die Verwaltung das nicht machen weil es wäre auch durch den Weg glaube ich gar nicht möglich bei mir oder zu wenig dabei laber dem merkt ja auch so schnell kommen auch nicht voran ich würde es gerne wissen wie lange schon aufnehmen ich glaube so fünf Folgen sind schon gewesen sein Hermanns Anno 12 sieht man hier und muss er auch Dachseller aufnehmen ich will auch noch Dachseller aufnehmen Herr Schulang nicht mehr das auch schon länger keine Folge mehr zu mir vor Leidigen wie und für die auch selber scheiße weil ich will ja viele games auf meinem Kanal präsentieren 90 viele Videos bringen unnähert und es machen wir Spaß muss nur sagen ich jetzt auch bis zu vorn und dieser Moment man die Aufnahme hier dann habe ich zu viel gemacht für heute sieben Level davon wenn ihr drei die zu Gesicht bekommen das war auch ziemlich klar zu leidig jetzt voll viele Folgen ist knapp zehn Folgen und zehn Folgen auf jeden Fall naja egal scheiß drauf auf die drei Level die ist ja nicht so schlimm wie bei Farb oder so und die 40 Minuten natürlich aufgemacht weil ich den langweilig weil ich meistens in den Punkten mit dem mit dem Millennium Prozent gechattet haben und über eigentlich für die Scheiße gelabert haben und mehr jetzt ist es schon viel besser wie schon viel besseres Gefühl war da bei dieser Aufnahme von W.O.W. und ich habe auch mehr Spaß in ihr habt um der Ort ging mit dem BG den wir das wir gewonnen haben sie durchgebracht haben um eine Nase läuft gerade das Recht ist Zeit auf damit Pause zu machen Werkt ist er noch hätte sich doch mal also dann wir sehen uns dann im nächsten Partie da macht man bis zum Ziel geht das wir jetzt auch machen das ist jetzt noch für mich so Tschüss aber müssen wir sind also Tschüss wir sehen uns im nächsten Partie da wenn es wieder World of Warcraft Let's Play bis sieben Lerl heißt also dann Schauer Aure ich muss erst mal die Tasse suchen dann kann ich die Aussagen 12 11 10 9 ich sie die nämlich nie die sind zu Scheiße die Erfung und das nach der Tasse tun aber jetzt habe ich die den Führer schon auf 11 9 ich verabschiede mich jetzt zudem mal schon das Trieb mal wir sehen uns wieder wenn es wieder wohl noch vor kurzem ist Schau bis zum nächsten Mal so damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft in der letzten Aufnahme habe mich so einiges geschafft außer dass sie drei will jetzt nicht gesehen habt aber das ist jetzt auch nicht so der Welt und Erkampur der das Gute jetzt daran ist einfach nur dass wir noch der gleichen Stelle sind wo wir aufgehört haben ist ja auch mal ein Erfolg hatten wir auch noch gar nicht nur immer irgendwo anders oder die Festplatte ist abgeschissen oder was auch immer und ich weiß es ist nicht so für mich richtig cool aber um ich weiß es nicht was sie genau machen müssen gibt sie noch irgendwelche Quests es ist jetzt ein Tag her also passt es eigentlich gestern aufgenommen heute aufgenommen so einfach weil ich Angst habe wenn das wir dann irgendwann wieder nicht aufnehmen können und ich habe Lust bekommen ich habe Lust bekommen kann auch nicht so lange aufnehmen eine halbe Stunde oder so außerdem ich glaube ich der Husten und an sich die Krankheit ein bisschen stärker oder habe ich Kopfschmerzen gehabt und hab gehustet wie sonst was und deswegen muss man ein paar Folgen nehmen den aufnehmen auf Kette damit damit ich habe noch was für irgendwann ab wenn da wusste man eben alles so stark ist dass er sich dann nicht mehr aufnehmen kann hoffen das wird nicht passieren aber es kann natürlich passieren das ist ja nun die Vorsichtsmaßnahmen Auer Focken und von den Arsch ab was zu machen um Laborfeuer löschen okay es ist ja leicht ich glaube bei denen und das so was will er und ich finde ich was das in jedem Feuer mehr da sieht man schon die muss erlöschen und man muss auch das Feuer von denen Laborpraktikanten löschen sei nicht ziemlich lustige Quest einfach so drauf halten und schön löscht man die Feuer kann man auch mal machen also die Quest bis jetzt für noch alle ziemlich ausgeglichen und zu mir abwechslungsreich und macht doch Spaß macht doch Spaß Altar dass ich ein klicken das Bild war es nicht so genau aber ihr seht alle gleiche aus wir zwar auch vor sind bisher nicht das sind der Sache so sind dann der Typ noch von uns irgendwas töten töten ist immer gut das im Spiel wohl eigentlich ja nicht wollen ja auch getötet ist immer noch besser als Sammeln das ist es soll ja auch so was sie trocken bei Töten wenn du tötest bis zu dem er noch sicher dass sie nur den umgebrachter saß wenigsten einen Schmerz getötet also ein auf seine Questliste abgeschlossen wenn das Sachen aufheben muss dann bis zu den dann kann sie die Miesige sein hat der jetzt was oder nicht und es kann man schon ziemlich nervig werden soll mal noch herausfinden dieses kann ja nicht so die Sammelquests und wenn wir haben es ziemlich schnell abgeschlossen aber das wird dort ziemlich nervig werden das kann ich euch schon mal so voraussagen voraus prophezeien aber auch gelöscht ist ja nicht schlecht da tut ziemlich weh aber nicht mehr jetzt glaube ich und vor allem können wir heilen Frau Schuhe mir die erste richtige größere Indie machen und an sich ein bisschen weiterkommen mit dem Spiel weil eigentlich das macht mich schon schnell sehr viel Spaß Augennetz-Pay davon zu machen aber was er des ersten Pläne ist um was vielleicht sogar bis zum Ende durchgehalten mit ich bin da wirklich noch nicht so wirklich sicher wieder wirklich nur nicht so wirklich sicher erst so so ungefähr ich muss auch kurz husten Prozent weil ich glaube diese Aufnahme steigt es wirklich mal raus weil ich weiß nicht wo ich denke mal dass wir jetzt ein bisschen öfters vorkommen dieser Husten weg ist dass sie wie lange es dauern wird aber ich bin schon gut aber mit der Behandlung nicht in der Leere immer so ein komisches Pulver gedönst Zeugster ich weiß ob das jetzt wirklich hilft oder nicht ich wirklich nicht sicher aber ich hoffe es einfach war nur es in einer Woche der Scheiß Wustmann weg ist in einer Woche habe ich noch folgen kann ich diesmal mit Freude sagen obwohl habe ich noch eine Woche folgen ich glaube von W.O.W. schon auf und darf sein dass er nicht mehr naja noch gucken wie man das doch machen haben wir für noch vier Folgen von Darkseiders und jetzt sechs fast sieben Folgen von W.O.W. vom Blackout so ich glaube noch zwei von Multiplayer also passt schon eigentlich auch bis ihr das Video seht diese Scheiße längst alles draußen ich kann mir das Datum eigentlich nie merken wenn ich so ein Datum Mensch wochentag kann ich mir eigentlich immer ziemlich gut werden wir heute Donnerstag der noch mehr mit vierundzwanzigsten ersten glaube ich wir haben die vierundzwanzigsten ersten was weiß ich so und auf dem Kalender geschossen haben O.O.W. noch eine Woche von uns nur über gespannt alle kommen doch schon ziemlich bekannt vor von Dino vor allem die nur da reden können okay es ist auch ein paar mehr reden kann also und das ist eigentlich schon wieder Türklüge betätigt die Euro des Wortgleichen ich will das nur noch die Kinder zum Loch vier Stück es ist eigentlich also ja das können wir nicht machen außer Prozent des Wachen hat es auch ein cool dauernd Bauten braucht es immer noch also das passt alles oder auch noch mal das ist eh irgendwann das drittend ist überhaupt also schon dieser dieser Kreis der Trommel dieser Gründer Prozent weil die auch auf den Scheiß Neuer ist auch egal heute so 60 Minuten wir dann müssen uns okay das ist doch für das ist für uns an Schall füllt anscheinend unsere Waffe mit die Böcher Kraft auf U3 oder mit Kriterien so nicht schlecht so sieben noch ein bisschen auch mal das Zeug auf dem Roll wir haben Geld not worden belohnt auch er hat sich das abgegeben dann machen das doch mal warum sagt mir das denn nicht dann können wir mal mit dem Worten verloren umlaufen um Havard und Haustiere Allianz belohnen und wohl mehr nicht kann man auch gar nicht das würde ich gerne machen noch etwas eigenes Geschenk eine Menge Haustiere Horten Ballon man stürzt sie vielleicht ein bisschen anders an Neule einfach wegen Krankheit und so bisschen tiefer oder so ich weiß es nicht aber ich glaube schon aber kann ich leider nicht zu führen man verlagert nur was dafür weil der hat mich glaube ich angesteckt nur es gibt denke ich da soll er war als erster krank und jetzt bin ich krank und naja ich stehe ich alle an wahrscheinlich und ich bin immer so der Anstecker wenn ich mal krank mit uns in allem und Umgebung immer krank ist ist ganz böse eigentlich ich bin immer kommen wenn der Bodo hierher kommt der will ja morgen kommen Schaffmann von daher Freier bis Sonntag wahrscheinlich wieder auch ob der Melenum auch kommt weiß nicht so genau letzte Woche waren alle beide da aber ein ganz großes Wunder meistens ist immer nur einer von den beiden da und dann um das war auch zu dritte ich weiß gar nicht wir können noch einer aber den kennt ihr nicht der macht keine Let's Play sowohl das schon mal mit nach mit eine Aufnahme machen wollte aber dann habe ich keine Lust soll sie besser war und ich dicht war wie ich sonst was und das war dann nicht so toll auch so zu starten vielleicht ist es mal vielleicht ja morgen wenn die alle drei kommen auch damit zu dritter Mann mitgefunden ich weiß ob es klappt von was bin man das Länder wäre dann eigentlich nicht schlecht oder passend er vor der Kürtmann aufspiel aber ich habe leider kann ich die PC zu stehen aber ich habe nur zwei aber das sieht auch nicht schlecht aus und Tieter Gublin da war doch nicht immer Muttieter Gublin der war doch mal was anderes drin oder auch kann mir heute oder nicht nur zu erinnern und Tieter Tentakel so wie wir sie nicht so schwach A 8 Uhr noch mal nicht das nicht Odi hat gekrärtet er die hat gekrärtet nicht schlecht aber muss mir haben sogar Platz im Inventar der hat noch gelegt er hat doch geniegt jetzt sind wir wieder müssen wir die Killer die Kühne das sei ziemlich in mir und lustig aber egal 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 auch الط die unbedingt dar해� hope doch